Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Heute nehme ich euch zurück ins Jahr 1995, als der kleine Matze auszog, um sein Taschengeld im hiesigen Amiga-Shop zu versenken. Und diesmal investierte ich mein Taschengeld in diesen 3D-Fun-Racer hier. Extreme Racing, entwickelt von Siltuna Software, gepublished von Black Legend. Ja, und herausgebracht wurde dieses Spiel in dieser coolen schwarzen Box mit diesen Glitzer-Buchstaben hier. Ja, das hat mich damals total beeindruckt, aber auch die tollen Rezessionen im Amiga Joker zum Beispiel. Und ich meine, auch in der Amiga Games kam das Spiel verflucht gut weg, aber überzeugt hat mich der Publisher Black Legend, weil der war nämlich damals verantwortlich für diese Großtat Gloom Deluxe, was ich wirklich unglaublich intensiv gespielt habe. Denn ich war damals schon stolzer Besitzer einer Blizzard 1230 Turbo-Karte, ja, die man für Extreme Racing auch mindestens braucht. Und damit Freude aufkommt. Und so war es dann nämlich auch, dass dieses Spiel die letzten 20 Jahre, oder mein Gott, es sind schon 25 Jahre fast, in mein Amiga wanderte und ich eine ganze Menge Spaß damit habe. Auch heute noch. So viel Spaß, dass selbst meine Frau ankommt und sagt, hey Mann, spielst du schon wieder dieses Nicht-Mario-Kart an deinem Amiga? Und ich sage dann, ja Frau, spiel doch mit, hol doch ein Joystick. Denn wir können dieses Spiel nicht nur alleine spielen, sondern mit bis zu vier Spielern im Splitscreen. Oder es gab sogar schon eine Link-Up-Option. Dann konnten wir mittels Modem das Spiel quasi online zocken. Richtig cool. Ob das funktioniert hat, weiß ich allerdings nicht. Das müsste man mal ausprobieren, finde ich. Ja, okay. Dann gibt es noch die Setup-Option. Und hier können wir die Kontrollen komplett neu definieren. Und hier können wir sogar ein CD32-Pad auswählen, wie dieses hier. Und die Tasten komplett neu definieren. Und das ist sehr, sehr schön gemacht und sehr praktisch. Wir können natürlich auch unseren einfachen Competition Pro nehmen und die Mikroschalter einzeln neu definieren. Das geht auch. Hier können wir dann einstellen, wie viele Runden wir pro Race fahren wollen. Und hier können wir den In-Game-Sound wählen. Da gibt es verschiedene Module. Ja, Jungle, Dance, Techno, Rock, Brain for Sail, Psycho-Drain. Ja, aber ich lasse das hier aus, weil das ist wirklich ganz übler 90er-Jahre-Techno. Und mir rollen sich dabei die Fußnägel auf. Also lasse ich das mal lieber aus. Die Waffen, die lasse ich natürlich an. Wir können nämlich unsere Gegner, ähm, ja, abschießen. Auf dem Spielfeld gibt es ähnlich wie bei Mario Kart verschiedene Items, die wir einsammeln können. Wie Lenkraketen oder Granaten oder, ja, weiß ich nicht, so Speed-Ups und sowas. Und damit können wir unsere Gegner dann auch kaputt machen und so. Sehr schön. Und, ähm, ja, hier gibt es doch den, ähm, vier-Player-Adapter. Ähm, den gibt es, glaube ich, hier für den Serial-Port, ne. Und, ähm, ja, wir können das Ganze abspeichern. Die, äh, wir können einstellen, ob die Rundenzeiten automatisch gespeichert werden oder nicht. Äh, und hier kommen wir wieder raus. Okay, hier können wir das Ganze global aufspeichern. Und ich würde sagen, äh, ich fange einfach mal an. Ich bin ein Player und hier können wir, äh, einen Cup fahren. Ähm, ja, es gibt hier die verschiedenen Cups, die wir fahren können. Das sind immer so vier, fünf Strecken und dann ist es schon vorbei. Oder wir, äh, wir fahren eine komplette Season. Da gibt es im Moment zwei. Äh, es gibt noch viel mehr. Aber die müssen wir erstmal freispielen. Äh, die sind nicht freigespielt, weil meine Installation hier, die ist, äh, noch fast jungfräulich. Also, äh, das muss alles noch freigespielt werden. Oder wir fahren ein Single Race. Und auch hier, wie ihr seht, können wir noch das Deathmatch freispielen. Und ich fahre heute mal ein Season Race und, äh, den Siltuna Grand Prix. Und ich nehme hier direkt, äh, den ersten Fahrer. Wir können hier die verschiedenen Fahrer auswählen. Die haben natürlich auch verschiedene Eigenschaften. Aber ich mag am liebsten hier, äh, diesen hier. In dieser orangenen Karre. Hier kommt dann immer ein Vorschaubild von der nächsten Strecke. Und dann können wir uns auch die Streckenführung mal genauer ansehen. Ja. Und los geht's! 3 2 1 0 Ah, ja, das Ganze edelt natürlich, äh, sehr, äh, Mario Kart. Allerdings darf man nicht vergessen, dass, ähm, Mario Kart seinerzeit, äh, ähm, mit diesem Mode 7 Chip, äh, realisiert wurde. Das heißt, das war, ähm, ja, äh, äh, mit einem Hardwarebeschleuniger quasi. Und hier dieses Extreme Racing, ähm, und die Engine, die, äh, wurde nur in Software, äh, umgesetzt und verwirklicht. Und das, finde ich, ist schon eine extrem gute Leistung gewesen. Und wie ihr seht, äh, läuft das Ganze ziemlich butterweich. Ja, jetzt habe ich eine Rakete. Ah, aber keine, keine Zielrakete. Also es gibt Raketen, die finden ihr Ziel automatisch, aber diese hier nicht. Da muss ich ein bisschen zielen. Mal gucken, ob ich hier, ah, ob ich hier jemanden treffe. Ich sollte nicht so viel quatschen. Ah, na komm schon. Tja, und das heißt, das... Ah, nee, kein Gebrochen. Ah, das bedeutet, dass, äh, die letzte Runde angebrochen ist. Die Self-Destruction. Ja, und, ähm, wir fahren hier nicht nur um Punkte, äh, in dem, äh, Grand Prix, sondern um harte Währung, um Dollerie. Und dieses Geld, das können wir direkt umsetzen in, äh, hier, Upgrade-Engine, Upgrade-Tires, die Bremsen und wir können uns Extra-Points kaufen oder ein Turbo-Boost. Äh, ich hab schon 2.000, ähm, Geld eingefahren, aber ich lass das erstmal alles so. Und sammel erstmal neues Geld. Okay, los geht's. Tropical Island. Version 1. Und auf der Strecke, äh, liegen dann auch immer noch Münzen rum. Die kann man dann noch einsammeln, um, äh, sich, äh, Extra-Cash abzuholen. So, ach, so wie jetzt zum Beispiel. Oh, oh, oh. Ja, auf dem Weg. Oh, ein Turbo. Das ist cool. Oh, da geht die Post ab. Ei, ei, ei. Oh. Oh, sehr schön. Oh, da sitzt ein Dreierschuss. Ja. Ah, da lacht doch der. Ja. Abknallen ist gut. Okay, die letzte Runde. Ah, das sieht doch schon wieder verdammt gut aus. Ja, aus dem Weg, ihr Beulen. Weg hier. Aus dem Weg, Mensch. Ach, herrlich. So, wieder neun Punkte und noch mehr Geld. Haha, ich investiere aber noch nicht. Nein, nein. Weiter. Ja, und es gab das Spiel auch damals noch auf, äh, einer CD-ROM. Das war dann, äh, Ultimate Extreme Racing. Da gab's dann einfach noch, äh, noch viel mehr Strecken und noch mehr, äh, Sound-Module und so. Aber das war dann auch, äh, noch mehr Technologie-Baller. Naja. Aber die Strecken, äh, auf dieser CD, die waren auch extrem cool. Na, und hier gibt's eine Abkürzung. Genau, hier, ab durch die Hecke. Und das bin ich mir erstmal umgeben. Oh, ui. Äh. Naja, ihr seht, ich spiele das Spiel jetzt hier nicht zum ersten Mal. Äh, äh, ja. Aber die Strecken, die werden noch ein bisschen schwieriger. Aber ich will euch hier ja das Spiel auch zeigen. Aua. Haha. Und nicht quatschen. Entschuldigung. Äh. Und nochmal, Abkürzung. Ja, zack. Na. Ja, ich wollte die Münze haben. Ja. Ja. So. Okay. Und weiter. Nein, noch nicht investieren. Das lohnt sich noch nicht. Und weiter. 3, 2, 1, 0. So, und ein Turbo. Haha. Ja, aus dem Weg. Jetzt komm ich. Ja. Ja. Da fliegen Slimers rum. Ei, ei, ei. So. Und wenn ich jetzt die, äh, die Strecken bis zu einem gewissen Punkt, also, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Strecken jetzt sind, als, äh, also, äh, diese Strecken, äh, dann gewinne, erster werde, dann, äh, werden Bonusstrecken freigespielt. Und das werde ich bestimmt hier auch wieder schaffen. Und dann geht's nämlich in die Bonuswelt. Und das ist im ersten Grand Prix die Data World. Ja. Oh, daneben. Aber da kommen wir gleich noch hin. Ganz bestimmt. Ach, gut. Und wieder erster. Und... weiter. Ja, da ist die Data World. Das ist, ähm, das sind jetzt die Bonusstrecken, weil ich jetzt bis jetzt immer, äh, erster geworden bin. 3, 2, 1. Und hier heizen wir jetzt auf, äh, so Computerplatinen rum. Ja. Im Innenleben eines Amigas. Ach, herrlich. Ui. Eieiei. Ja, das Item, äh, was ich gerade ausgesammelt hatte, das war so eine, äh, Rakete, eine, eine selbst, eine zielsuchende Rakete. Und zwar sucht die das Ziel, was, ähm, uha, nein, was, äh, mir am nächsten ist. Oh, nein, 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 ei, 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 nicht quatschen, fahren. So, okay, äh, Banane. So, ich glaube, ich investiere gleich mal ein bisschen Kohle, um, äh, das Handling meines, äh, Wagens zu verbessern. Oha, weil, äh, hier brauche ich auf jeden Fall bessere Reifen und auch, äh, ein Maschinen-Upgrade könnte nicht schaden. Oha, ha, 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 ei, ei, ei. Oha, nein. Da liegt meine Banane. Oh, ja, das ist, äh, so ein Teil, damit kann ich ein paar, äh, paar Schüsse abgeben. Aber da muss ich ihm erzielen. Muss mal gucken, ob mal was Besseres kommt. Oh, ein Fragezeichen. Was ist das? Aha, ein Viererschuss. Ja, irgendwas hat mich da getroffen. Ah. Polizeiauto. Und letzte Runde. Ui, äh, okay. Ah, und, gewonnen. Sehr gut. Okay, jetzt kommt die nächste Data World. Äh, ich überlege, soll ich investieren oder noch eine weiterfahren? Ich fahre noch eine. Ah. Ja, Data 2 World. 3, 2, 1, 0. Ah. 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 Ei, ei, ei. Nein. Ja. Ah. Ah, jetzt wird's schon ein bisschen schwerer. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Ach, so ein Ärger. Verschwindet. Weg hier. Da ist der Lump. Ah. Ja, noch einer. Nein. 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 Ah. Nein. Ah. Das gibt's doch nicht. Ich hätte vielleicht doch schon, äh, mit dem Steckere Maschine holen sollen oder so. Ah, den muss ich doch kriegen. Kann doch nicht wahr sein. Ah. Ach. Na, gehst du? Ah. Du ne Drecksau. Da warte. Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Ich kriege ich doch. Wart's ab. Da ist er. Nein. Nein. Oh. Komm schon. Oh. 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 das gibt's doch nicht leute was mache ich denn hier ich bin vierter das ist der vorführeffekt letzte runde und ich bin vierter oh bonnie nee nee also nee das gibt's doch gar nicht okay jetzt investiere ich aber engine reifen und noch ein turbo obendrauf geht noch ein turbo näher könnte noch eine maschine höher und noch mal reifen okay das lasse ich erstmal so und data world 3 na warte das kann ich ja jetzt nicht auf mir sitzen lassen diese schmach na 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 und und ja turbo na na Ja, ja. Nein, 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 komm zurück auf die Strecke, jetzt gibt es Kids, ah, Mist, ah, ich bin noch Erster, Gott sei Dank. Ja, nein, 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 oh Gott. Ja, letzte Runde. Nein. Nein. Ja. Ah, geschafft. Okay, so, jetzt aber nochmal Turbo und noch ein Maschinen-Upgrade, nochmal Reifen, okay und weiter. Ja, Data World 4. 3, 2, 1, 0. Jetzt muss ich auf eine Gerade warten für den Turbo, ja. Jawoll. So, jetzt muss ich nur schön auf der Strecke bleiben. Ja. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ah, weil auf diesen kleinen Chips, da hutscht man immer extrem aus, das ist nicht gut. Ah. Ja. 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 Ja, hier diese Speedstellen, das sind so kleine Risk-Prozessoren. Ja. Kennt ihr noch damals die Werbung, äh, no risk, no fun? Genau. Ach, war das schön. So. Äh. Na? Noch nicht die letzte Runde. Hm. So, jetzt habe ich so ein Jump-Item. Das ist etwas, was ich dann überhaupt nicht gebrauchen kann. Ach, höchstens mal für so Abkürzungen, aber hier ist mir jetzt keine bekannt. Hier gibt es bestimmt auch eine, aber die kenne ich nicht. Ah, ich bin aber schon ziemlich weit vorne. Ich glaube, äh, die Strecke, die haben wir im Sack, da kann nicht mehr viel passieren. Geht'sND Ah. Nein. Oh, ha. Oi, oi, oi. Mua! war okay so bleibt auf der strecke mensch Letzte Strecke, äh, letzte Runde. So, noch einmal Konzentration. NYE There. NIA. Eh? Yeah! Die Münzen, die krieg ich einfach nicht. So, und jawoll, Gott sei Dank. Ja, also diese Strecke, die hat es echt in sich. So, und dann nochmal Turbo. Und ich investiere nochmal in Bremsen. Die verbessern nämlich auch das Handling etwas. Und nochmal ein Satz Reifen. Okay. Ach, okay. Ach, jetzt sind wir wieder auf der normalen Strecke. Die Bonus Data World haben wir hinter uns gelassen. Okay, jetzt geht's weiter. Nein. Oh ja, das Schaf, das Killer Schaf. Das ist sowas wie eine Lenkrakete. Also das Schaf, das sucht sich jetzt quasi den ersten in der Reihe und sprengt ihn. Das ist doch echt schön. Ja, das Killer Schaf. Ja, jetzt habe ich hier wieder so einen Dreier Schuss. Na, niemand nervigst. Das ist also das, was ja gut ist. Oh ja, das ist ein Dreier. Oh ja, das ist ein Dreier. Oh ja, das ist das. Oh ja, das ist das. Oh ja, das ist das. mobil letzte runde noch mal so ein dreier schuss kommen ein wenig noch erwischen ja ok 76 punkte 2000 das reicht für noch ein turbo ok ja das ist eine ziemlich diese strecke hier darf man möglichst nicht hängen bleiben weil sonst ist es vorbei mit dem ersten platz seht ihr die sind echt gnadenlos hier kommt schon vorab du blöd mann nein na komm gib kids jetzt nur vorne bleiben leichter gesagt als getan blöd man ich hab das killer scharf das bewahr ich mir auch falls er mich doch noch mal überholen sollte so ja 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 das ist echt eine ganz üble strecke geschafft macht sich punkte und die nächste große maschine und noch mal breaks alles klar und weiter bloating city 2 die ist auch echt übel ich bin echt verdammt gut weggekommen hier das gelingt mir echt selten ja 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 das goldene talerchen sehr gut sehr gut ja 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 die runde da ist mir echt auf den pferden smelled genau jawoll ha ja ja nun 4 5 punkte ja nicht doch was ab trainer Pokern turbo vor bieten kassel ja Ja, das ist auch eine ziemlich coole Strecke, muss ich sagen. Die ist richtig schön schwer. Ja, man darf nicht von diesen großen Stampfern hier verstampft werden. Dann verliert man nämlich wertvolle Zeit. Nein! Und nicht in diesen grünen Sumpf fallen. Das ist auch schlecht. Genau. Dreckige Latte. Dreckige Latte. Dreckige Latte. mein so knapp nein so kommt jetzt irgendwas schönes naja ein killerschaf wäre mir lieber gewesen nach verschwinde nein nein jetzt bleibe ich auch noch hängen ne ich werde zweiter naja aber ich habe immer noch die meisten Punkte ja genau 100 Punkte so kann ich mir noch extra points kaufen genau so ich bin der Förster ja das war der Siltuna Grand Prix ja ich hoffe euch hat das gefallen wenn ihr Bock habt noch einen weiteren Grand Prix zu sehen dann schreibt mir das doch in die Kommentare oder so wenn ihr wollt spiele ich gerne noch einen Grand Prix ok man sieht sich hört sich wie auch immer bis dann ciao 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 ciao